. Vs. Engel Laisri Pairo, neue Statue für Sohn mit Autismus. Ihre Liebe geht eindeutig unter die Haut, seit 2010 stolziert Laisri Pairo, 27, über den begehrten Laufstück der berühmten Unterwäschmarke Victoria's Secret. . Dass das Topmodel bereits vor zehn Jahren einen Sohn auf die Welt gebracht hat, wissen womöglich nur eingefleischte Fans der Runway-Schönheit. Ihrem kleinen Mann zuliebe ließ sich jetzt ein ganz besonderes Statue stechen mit einer tiefen Bedeutung. Auf ihrer Instagram-Seite teilte die 27-Jährige die wohl persönlichste Geschichte aus ihrem Leben. . Vor fünf Jahren wurde bei ihrem Sohnemann Autismus diagnostiziert. . Mit ihrem zweiten Körperschmuck, einer bunten Schleifen neben ihrer linken Brust, widmete die Bauti ihrem Engel ein ganz besonderes Motiv. Ich habe entschlossen, mir das Symbol von Autismus, und Kindern mit besonderen Bedürfnissen, stechen zu lassen. . Es ist wunderschön und einfach nur perfekt, so wie ich es wollte, schrieb die Brasilianerin unter ihrem Beitrag. . Schon mit dem ersten Hautgemälde verewigte Lies ihren Liebling für immer auf ihrem Körper. Erst im vergangenen Jahr sorgte das Topmodel bei der Victoria's Secret Show für Aufsehen, dem Werbegesicht wurde die Ehre zuteil, den legendären Fantasy Bra zu präsentieren. . Mit schlappen 2 Millionen US-Dollar an ihrem Bodyschritt leist damals über den Katwalk. . Damit schlüpfte sie in die Fußstapfen von Modelgrößen wie Giselle Bündchen, 38, Miranda Kerr, 35, oder Adriana Lima, 37. . 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